hallo hier ist das die dachsanalyse für nun montag den 11.01.2021 und in der letzten woche sind alle reingerannt egal wie kalt und dass es war rein in den dachs rein in die anderen werte wir haben eine sehr sehr gute erste handelswoche im jahr hinter uns also auf jeden fall ist die grün das heißt unser dachs bekommt natürlich jetzt hier etwas stütze etwas motivation nimmt etwas an zweifel vielleicht auch sogar bei dem einen oder anderen raus und hat auf jeden fall sein jahres auftaktisch erst mal nicht verpatzt ja wenn wir das mal so sagen wir sind wenn wir schauen freitag donnerstag mittwoch dienstag den montag ja sehr holprig reingekommen erste handelsstunde zumindest hier auf meiner zeitindikation um 13 47 rum haben dann das ganze nach unten rum gerumpelt das hätte durchaus auch ein bisschen gefährlicher werden können hat sich dann aber doch zum dienstag ganz gut nach oben aufgedreht bekommen ist dann bis in den donnerstag reingestiegen und dann hat er hier am freitag eigentlich bloß noch mal etwas höher gestartet und ist zur seite rausgegangen wenn wir jetzt mal so schauen wir hatten hier über dieses steigende dreieck gesprochen letzte woche freitag das haben wir nach oben überwunden wir hatten darüber gesprochen dass der dachs das eigentlich ganz gerne macht und das ist gegen deswegen anschlusspotenzial bis 14.100 nur da wäre dass man das durchaus einplanen sollte dass der dachs über 14.000 geht und das hat soweit geklappt ist da oben dann erstmal nicht weiter gekommen ihr seht das ist da nicht rüber hat sich runtergelegt mit dem schluss dann quasi also kurz vor schluss dann auch noch das gap zugemacht das war dann auch für uns der grund wir hatten hier eine short short trade gestartet gehabt dass wir dann auch hier unten angesagt haben nee komm weg weg damit trend des aufwärts dreht wahrscheinlich wieder hoch drückt sich nach oben dann hier jetzt erstmal short raus auf jeden fall nicht mit übers wochenende mitnehmen und nach long chancen eben dann auch noch ausschau halten so und jetzt wäre dann quasi der nächste schritt dass man jetzt hier einfach hingeht hier ist jetzt so ein größeres vakuum quasi bis zum bis zum nächsten bis zum nächsten ziel da sollte man dann davon ausgehen dass der 14.100 dann halt auch noch ein ganzes stück dann erstmal laufen kann ganzes stück ist jetzt übertrieben sind bloß 170 punkte aber ihr kennt das ja es ist oft recht schnell erreicht na also meist macht ja der dax die strecke in kürzerer zeit und den rest des tages einfach nur seitwärts rum das wäre das erste ziel wir gucken uns auch aus tagessicht das gleich noch mal an das ist nämlich ganz attraktiv da oben die 14.260 14.270 da liegt nämlich diese alte kaltkante von unten sowas nimmt der dax ganz gerne auch mal für größere rückläufe will er größere rückläufe machen müsste man die dann bis 13.900 13 wo ist hier das gäbe 13.850 13.860 wäre dann das ziel von oben also sollte bei 2.270 deutlicher wegdrehen und auch unter 14.100 zurückfallen und nicht bloß gelb bloß machen wieder hoch könnte von 2.270 dann durchaus noch mal bis in den bereich um 8.60 zurücklaufen da muss man aufpassen werden dann wahrscheinlich wieder viele sehr negativ gleich und denken jetzt fällt aber auf 12.000 und dann dreht er sich von hier dann aber noch mal wieder nach oben und kämpft sich vielleicht dann einfach weiter bis 14.400 dann vergesst bitte nicht es ist keine einbahnstraße der markt läuft in regelmäßigen abständen immer mal wieder so bewegungswellen kommt immer wieder von so einem teilstück wieder zurück und das sollte man dann entsprechend da auch vorher mit einkalkulieren damit es euch nicht so geht dass dann in dem moment wo der markt das dann wirklich macht ihr dann da sitzt nicht wisst was er tun sollt und fehler generiert in so einer distanz oder aus so einer situation der distanz heraus wo der markt da noch nicht ist fällt es uns immer leichter zu sagen an dem punkt wird er irgendwas machen das ist ja wie bei uns die 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 mails bekommen die haben weiß ich gar nicht da stand man hier unten irgendwo da haben wir gesagt wenn er irgendwann mal 14.100 ist das start man short so und das hat auch ewig gedauert in dem moment wo der dann kommt natürlich spricht alles dagegen dass das ding klappt aber deswegen kann er trotzdem klappen halt ne und die ziele anlaufen und haben erste teil ziel haben wir drin gehabt ganz sauber dann haben wir den rest abbrechen müssen hier aber was ich sagen will wenn der jetzt von oben nach unten kommt wird es hier auch total schlimm aussehen aber deswegen kann der bereich hier zwischen 900 und 860 trotzdem wieder deutlicher nach oben reagieren deswegen ich würde mir einfach mal so auf den zettel mitschreiben für mich schon so ein punkt wo ich sage da hat er einfach mehr potenzial auch hier weiterhin diese 77 finde ich auch super interessant noch nach wie vor sollte aber darunter gehen würde ich dann schon denken dass wir hier dann auch eine ganze etage noch mal runter rutschen und eigentlich richtig negativ wird also erst unter hier ja also unter 13.550 oder 5 570 13.570 unterhalb von 13.570 gibt der markt auch für mich dann in eine negative chartlage auch für für die nächsten wochen dann so dass ich wirklich sagen würde unterhalb von 13.570 haben wir hier wirklich risiko im chart alles was vorher an rückläufen kommt ist wahrscheinlich dann erstmal noch als long chance zu sehen und öffnet euch oben bei den zielen das ist nichts unmöglich halt naja also ich das letzte woche ich zu sachen bei uns im chat gelesen von wegen ich ich verkaufe jetzt mein haus und bitte auf tags short mit ko 16.000 oder sowas öffnet euch bitte für oben der markt hat neue hochs generiert wenn er jetzt in dieser folge bleibt und immer weiter hochs macht der läuft dahin wo ihr das nicht glaubt das macht der markt immer läuft immer dahin wo die meisten das nicht sehen naja und in der regel bin ich eigentlich davon ausgegangen dass die leute sich durch dieses überwinden von 13.800 unheimlich tränen und unheimlich euphorisch auf der long seite werden aber bisher sehe ich das nicht sind alle noch noch genauso negativ und fange jetzt sogar an irgendwelche verzweiflungstaten zu starten so von wegen ich werfe jetzt hier meinen stopp über 15.000 und dann kann mein short auf jeden fall klappen bis 10.000 runter das verhältnis schon alleine ja es sind dann nach oben tausend nach unten fünf was ist denn wahrscheinlicher halt ne also da weiß ich nicht das ist für mich so ein zeichen ne wahrscheinlich noch nicht runter fehlt wahrscheinlich noch ein hoch dass das um die leute müssen umdenken das sieht man immer wieder der fällt genau dann wenn es wirklich keiner auf dem schirm hat wenn auch alle mal einen tag positiv auf long gewinnen waren dann holt er sich da das den abflug nach unten raus halten dann überrumpelt er alle und das fehlt noch ein bisschen das fehlt mir noch ein bisschen deswegen würde ich denken wir machen am montag auf jeden fall noch einen hoch drüber und dann muss ich so zeigen das wird sich recht früh zeigen 9.30 10 uhr rum werden wir schon sehen kann der mark dieses neue hoch verteidigen kann er weiter steigen steigt er nämlich danach noch weiter hatte das potenzial eben dann bis tagesende auch durchaus durchzuziehen sollte aber genauso nach c3 eröffnung halt wieder nach unten weg drehen dann gibt ihm halt ein bisschen luft also wenn er ein aufwertgep bringt wäre dann luft bis 14.100 geht auch unter die 14.100 gibt ihm auch noch mal platz bis 14.000 ne und wenn er die rupfen sollte das sehe ich eher für einen dienstag deswegen habe es ein bisschen weiter rüber geschoben das würde ich jetzt zum montag noch nicht erwarten dass ich hier das gap zu macht aber wenn lange rote kerzen kommen darf man auch auf der short seite ein bisschen was probieren halt ne ich würde nur nicht jetzt unbedingt in die grüne bewegung dann zu überzeugt rein denkt immer daran damit der markt fällt muss er eine rote kerze generieren sowas hier er kann ja nicht fallen ohne dass eine rote kerze entsteht so an eine zweite rote kerze die kann auch nicht entstehen ohne dass eine erste rote kerze da war das heißt man kann durchaus auch einfach immer ein bisschen warten bis dann schwächer reinkommt um die für sich zu nutzen und muss nicht gleich immer die erste also nicht so in die grünen kerzen so rein wuchten da bin ich nicht so der fan von weil das öfter einfach nicht klappt als dass es klappt okay also das einfach so ein bisschen hintergrund nochmal ein bisschen sensibilisierung sage ich mal in dem sinne dass das das da jetzt nicht so in gedanken aufkommen von wegen ich baue jetzt hier alle zehn punkte short rein und mache die positionen dann hoch zu immer größer weil der wird ja eh wieder fallen als sowas klappt in der regel halt einfach nicht und umso mehr leute jetzt auf so eine idee kommen und so weiter läuft er wahrscheinlich noch nach oben jetzt noch kurz der tagesschart hier ist ja für mich weiterhin die 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 kante hier ganz interessant und das seht ihr aber auch schon wenn die dann weg bricht also wenn er da durch steigt es ist so 2 70 2 60 drum wäre dann eigentlich die oberkante das nächste ziel und die liegt dann schon bei 14.800 so und darüber seht ihr die nächsten linien dann tatsächlich wirklich erst in größeren bereichen kommen halt also der macht sich dann nach oben schon wenn er eine kante bricht immer mehr auf ich kann mir gut vorstellen dass wir an der barriere hier ganz schön zu knabbern haben vielleicht auch eine ganze woche einfach seitwärts zur seite hoch steigen an so einer linie das sieht man im dax häufig dann überspringt er die per gap in die nächste woche rein und dann kann er auch zur nächsten also das wäre schon meine erwartungshaltung auf der oberseite sollte aber jetzt so zwischen also nach der exetra eröffnung am montag nach unten wegdrehen deutlich nach unten wegdrehen unter 14.090 verschwinden kann man durchaus auch bis dienstag erstmal kleinen rebound einplanen und das kann auf 860 durchaus noch mal gehen auch das halte ich für nicht unwahrscheinlich das ist von oben so ein bisschen jetzt so meine anlaufzone die ich erwarten würde punkt mehr kann ich nicht sagen wir haben alle sind nicht viele wichtige zonen also von daher kann man sich auch ruhig auf die konzentrieren und mehr kann ich euch gar nicht mitgeben ja außer macht am besten kopf aus denkt nicht darüber nach warum wieso weshalb was steigen kann oder muss und handelt das was kommt damit fährt man wesentlich besser als wenn man darüber nachdenkt ob es real ist oder nicht real ist ob der markt steigt weil da gewinnt ihr keinen preis halt einfach ne also dann sterbt ihr vielleicht in absoluter überzeugung und in einem heldentod ja aber für die börse halt einfach nicht unbedingt die geeignis der denkweise also von daher das einfach ein bisschen als hintergrund als basic basis wissen letztendlich und ich drücke euch die daumen wünsche euch viel erfolg und wir haben uns morgen wieder bis dahin ciao und 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 und